Endlich lassen wir mal Rebellen auffliegen. Deshalb habe ich mich dem Imperium angeschlossen. Ich bin so aufgeregt, ich kann mich kaum noch zusammenreißen. Du solltest doch vor dem Angriff aufs Klo gehen. Das habe ich nicht gemeint. Aber jetzt, da du es erwähnt... Schluss mit dem Quatsch. Wir müssen Rebellen auffliegen lassen. Halt, 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 halt. Wo wollt ihr denn bitte hin? Äh, zur Weltraumschlacht geht's doch da lang, oder? Ganz sicher nicht. Euer Auftrag lautet, Socken für Lord Vader zu besorgen. Ja, Sir. Socken? Das ist eine Verschwendung meines Talents. Also, mein Talent ist damit völlig ausgelastet. Agent P, diese R2-Einheit muss Obi-Wan Kenobi auf Tatooine erreichen. Aber zuerst muss ich noch eine Videonachricht aufzeichnen. Würden Sie sich kurz in die Ecke stellen, sonst sind Sie auch noch mit drauf. Welche Sockenfarbe bevorzugt er denn? Äh, schwarz? Ich meine ja nur, alles, was er besitzt, ist schwarz. Da wäre es doch mal nett, wenn... was? Oh, da drüben macht irgendwer irgendwas. Oh ja, imperiales Auffliegmanöver. Oh, Commander! Ah, die Socken werden wir nie besorgen, oder? Na ja, aus deinen hebt es dich gleich raus. Warum? Darum. Au! Das ist das Gewinsel. Du hast eine Rüstung an. Aber die ist aus Plastik. Commander, da ist ein Rebell in einem Kleid und füttert einen Druiden mit Daten. Uh, hat dieser Druide zufällig auch Socken ausgegeben? Nicht wirklich. Dann geht es sich auch nichts an, oder? Zurück zum Sockendienst. Ich bevorzuge karierte Socken. Hm, so hätte ich dich gar nicht eingeschätzt. Hey, wo sind sie hin? Die Nussschneckenbraut ist weg, aber die Druiden sind da drüben. Oh nein, das wird mir noch leid tun. Wieder so ein Ding. Nicht schießen, da ist kein Lebewesen an Bord. Hat sicher ein Kurzschluss gehabt. Ja, Kaffee? Ja, ich liebe das Aroma der Sith-Röstung. Sith-Röstung! Sie sind entkommen! Wir müssen hinterher. Los, nehmen wir die andere Rettungskapsel. Ähm, Candace? Was? Sock, 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 Sockendienst, Sockendienst. Wenn wir die beiden Druiden fangen, sind wir den Sockendienst für immer los. Gleiten wir ins All. Also eigentlich gleitet man nicht. Man wird brutal hinausgeschossen. Jagd durch die Atmosphäre, halt auf die Oberfläche des Planeten. Hm. Das ist guter Kaffee und er ist koffeinfrei. Ha, das schmeckt man überhaupt nicht. Sith-Röstung! Entkoffeiniert!